so und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück ja wir müssen heute mal gucken dass wir uns um ein paar der leute kümmern ein wandernder händler naja vielleicht gibt es ja aber schön fahren wir mal rüber würde ich sagen keine ahnung wo schon wieder meine leute sind interessant wo das immer hin verschwindet oh fuck Alte Scheiße. Oh, krass. I'm not a huge fan of anything around this place, really. Dude, schnäffle, I just wanted to say, guys. Don't you let her finish that job, what are you talking about? Here you go, guys. Take it easy. So. OK. Was hast du denn Schönes? Computerbuch. Aha. Ah, die Launcher-Lager haben wir ja nicht. Hm. Zwei weitere Außenposten. Ja, mega geil. Voll gut. Red Talon wants to recruit you for a mission. We'll make it worth your time. Mhm. This request does have a deadline. OK. Dann fahren wir erst mal zurück. Hm. Interessant. Die rote Klaue. We're good. Hm. Da müssen wir mal gucken. I like that. Dann müssen wir gleich wieder zurücktauschen. Also das was, also diese Sachen, die wir jetzt gerade bekommen haben, verkaufen. Oh, goody. Ah, ich weiß schon. Schnell hinrennen, das Verkaufen hier. So, warte. You're looking to trade? OK, sure. Ja, wunderbar. Und schwupps, haben wir wieder Platz. Yay. Ich hoffe, dass hier auch noch was Schönes drin ist. OK, ja, das ist in Ordnung. So, mehr machen wir erst mal nicht. Wir müssen uns mit den Sachen zurückbringen und die installieren. Hallo, nochmal zwei. Also praktisch einen Posten mehr bekommen wir dann. Das ist richtig gut. Das können wir super gut gebrauchen. Noch einen Außenposten mehr. Ja, gerade in Hinsicht darauf, dass wir immer zu wenig haben, ist das ein super Vorteil. Ich frage mich, wo es noch mein Charakter ist. Also mein, mein Teammitglied. Mal wieder nicht da, ne? Unmaterial verbraucht. Ja, stimmt. Es ist ja verbraucht, weil das Ding gebaut wurde. Ja, ja. So. Dann mal das hier wieder zurück. Genau. Und, ähm... Ja, brauchen wir Strom für. Verdeben wir dann jetzt nicht gleich einen Posten? Mh... 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 Da hab ich mir schon gedacht. Die mit Benzin haben wir verloren. Müssen wir uns gleich die Tankstelle zurückholen, die eine. Mh... Hä, wie? Zwei jetzt verloren? Wieso denn jetzt zwei verloren? Das macht ja gar keinen Sinn. Warum hat er den anderen auch rausgeschmissen? Also wir brauchen einmal Munition. Und eine Tankstelle. Wie geht's zum Agenten der Roten Klaue? Hier ist Munition. Ort nicht sicher. Oh, das Ding hier. Was ist das? Ha. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, hier ist auch ein Depot. Das ist natürlich super. Nehmen wir erst mal das hier. So. So, dann machen wir hieraus entsprechend einen. Posten. Gut. Das Outpost ist secure. Took me long enough. Dann haben wir zumindest Benzin jetzt wieder. Jetzt brauchen wir noch Munition. Hm. Naja, aber du kannst davon Munition liefern, denke ich mal. Naja, nicht wirklich. So. Naja, vorne war ja eins, ne? Irgendwas Munition lieferte. Fuck your fears, man. We're making it through. Achso, das sind die Händler, ne? Ich muss ja da hinten hin. Das würde nicht klappen. Ich werde die Brücke wohl langfahren müssen. Anders geht's nicht. Das wäre so ein bisschen komisch. Puh, schweigart. Komme ich denn hier lang? Ja, klar. Wir haben Pickup. Das geht immer. Denkt man sich so, ne? Oh, verdammte Scheiße. Und drauf los. Okay, ich weiß es nicht. Was ist der denn dabei? Okay, das ist der ... Oh, warte mal, das war ein besserer Hochsack. Supergut. Endlich. Ah, sehr schön. Ah, so wir finden Munition. Okay, ist nur die Sache jetzt, wo ist der Typ hin, ne? Also hier gibt es auf jeden Fall nur Lebensmittel. Oh nein, wie schade. Schrecklich, 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 schrecklich. Ah, guck mal, kann man gleich benutzen, wir sind ja eh verletzt. Da draußen tingelt er und da hinten bei der Tür sieht man ihn, ne? Mhm. Hoho. Krass, warte mal, ähm ... Du nimmst mal das. Achso, du hast noch die eine Packtasche? Oh, verdammt, ich dachte, du hättest die auch mit abgegeben. Na toll. Dann nehmen wir ihr das jetzt gleich mal ab. Mhm, genau so. Ja, aber wenn sie das halt nicht zurückgibt, müssen wir das halt selber machen. Aber wir geben ihr gleich ein Dach. Oh, das sieht aus wie ein promisendes Spot für ein Outpost. Meinst du? Wir haben doch schon so viele Lebensmittelsachen. So, nehmen wir das. Wir müssen noch das durchsuchen. Aha. Dann kann sie das zumindest mit raustragen, ne? Ja. Okay, das ist in Ordnung. Und ist das Auto schon wieder voll, ne? Mhm. So, auch noch ins Auto. Wunderbar. Okay, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker. Bis dahin. Vielen Dank.